Aktienfokus heißt das Format mit Free Stocks und Fit for Finanzen. Schön, dass du dabei bist. Wir schauen noch auf einen der ganz großen Werte, der nicht in den ersten zwei Wochen der Quartalsaison seine Bilanz offenbarte, sondern ein bisschen später, aber nichtsdestotrotz nicht unspannender. Nach dem Intro geht's los. Das Ganze zusammen mit dem Roland. Hallöchen. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, es gibt tatsächlich auch große Technologieunternehmen, die nicht im Nestec an erster Stelle stehen, sondern im Dow Jones und da weiß schon der versierte Börsianer, um was es heute gehen könnte. Ja, um die Salesforce-Aktie, der Top-Wert aus dem Dow Jones. Die haben auch in dieser Woche die Quartalszahlen vermeldet und vor diesem Hintergrund schauen wir uns das CRM-Unternehmen Nummer 1 heute etwas näher an. Ja, bevor wir das CRM auflösen, was die Abkürzung bedeutet, vielleicht nochmal so ein Stück weit aufs Logo hinschauen. Und das wird auf der Homepage auch ganz ausführlich erklärt, aber das erschließt sich eigentlich schon. Es geht um Zahlen, Buchstaben, Daten letzten Endes in einer Wolke. Das könnte eine Cloud sein, oder? Ganz genau. In der Cloud wird das Ganze angeboten, entsprechend für die Kunden. Und ja, interessante Bilder, die man hier entsprechend seinem Logo hinzugefügt hat. Genau, und das gibt es übrigens schon, das Logo seit dem ersten Tage, seit Salesforce quasi ins Rennen ging. Also da hat sich nichts verändert. Manche Unternehmen ändern ja ständig mal ihr Logo. Aus dem Twitter-Vogel wird ein großes, schwarzes X und so weiter. Hier bleibt alles beim Alten. Und CRM ist auch weiterhin das, womit man punktet bei seinen Kundinnen und Kunden, bei den Unternehmen, die das anbinden. CRM heißt, du weißt? Customer Relationship Management. Also es geht hier um innovative Lösungen, um Unternehmen dabei zu helfen, letztendlich ihre Kundenbeziehungen erst einmal aufzubauen, aber dann natürlich auch effizienter zu gestalten und entsprechend dann auch kostenorientiert hier den Support unter anderem bieten zu können. Da poppt nicht nur wie in unserem Online-Kalender auf, oh, heute Interview für Free Stocks zusammen, sondern da kommt dann zum Beispiel auch noch eine weitere Information. Wir sprechen über die Aktie. Die Aktie haben wir das letzte Mal da besprochen oder im Sinne eines Unternehmens. Der Kunde XY hat die letzte Bestellung am so und sovielten ausgelöst und wollte noch ein weiterführendes Angebot haben. Dann kann man das gleiche mit verwerten. Ja, das ist schon sehr interessant, was Salesforce da anbietet. Und ja, man spricht damit nicht nur die großen Unternehmen an, sondern insbesondere auch Startups und kleine Unternehmen können auch Salesforce nutzen, um erstmal, sage ich mal, den Kundenstamm aufzubauen. und hier insbesondere, was das Thema Vertrieb anbelangt, einfach eine enorme Produktivitätssteigerung zu erzielen. Die ganze Suite oder das Tool an sich im Abo-Modell, und das macht auch den größten Teil der Umsätze aus, natürlich auch Schulung, wie man damit umgeht. Das ist so ähnlich wie bei SAP, ist ja auch einer der Konkurrenten. Gehen wir nachher nochmal drauf ein, wer da dazugehört. Und das streckt sich über alle Branchen. Also ob das jetzt Energieversorgung, also überall, wo man mit Kundendaten zu tun hat und Daten irgendwo in der Cloud ablegen muss, ist das die passende Software, oder? Ja, ganz genau. Das sind keine Grenzen gesetzt. Da spricht man letztendlich alle Branchen, alle Sektoren an und kann da wirklich Unternehmen weltweit helfen, entsprechend Kundenbeziehungen hier zu managen. Ja, selbst bei einer Ortsverwaltung habe ich hier tatsächlich aus dem Verein gehört, im Potsdamer Umfeld, dass da Salesforce genutzt wird. Also gemeinnützige Organisationen zählen ebenfalls dazu, Vereine. Und das Ganze kann man sich sehr, sehr schön anschauen über alle Plattformen, über das iPad beispielsweise hinweg mit einer grafischen Oberfläche. Also hat alles sehr markant im Blick. Ja, sieht sehr, sehr schön gestaltet aus. Ist so ein bisschen auch nach dem Baukastenprinzip hier aufgebaut. Entsprechend, da kann man auch die Dinge, die man benötigt, sich entsprechend dazu buchen oder hier auch visuell einfach hervorheben. Also ist schon sehr, sehr schön gestaltet. Das ist die Oberfläche und dahinter liegt natürlich eine riesen Datenbank. Und da hat der Gründer, der heutige CEO der Marke Benioff, ja schon einschlägige Erfahrungen von Oracle mitgebracht. Genau, der war Oracle Manager und hat dann 1999 die Salesforce hier gegründet, entsprechend in San Francisco. Aber es gibt auch weltweit Niederlassungen, unter anderem in Singapur und auch in Deutschland, in München. Und die Dienstleistungen werden in 16 verschiedenen Sprachen angeboten. Und mittlerweile vereint man hier mehr als 50.000 Mitarbeiter, die das ganze Angebot auch betreuen. Ja, wirklich stark. Und Oracle ist weiterhin Konkurrent übrigens. SAP hatten wir schon genannt, aber auch eine Microsoft ist im selben Metier tätig, kommt aber nicht an die reiche Weite ran. Bekannte Kunden, die bei Oracle eben nicht andocken, sondern glücklich sind mit Sils vor, sind eine Spotify, Amazon Web Service, US Bank, Toyota. Da könnte man eine riesenlange Liste führen, aber wichtig ist, dass auch alle Produkte aus dem Haus laufen. Also da experimentiert man nicht recht so links der Range, sondern man hat einen klaren Fokus. Und die wachsen tatsächlich von 2022 auf 2023 jeweils zweistellig. Ja, sehr, sehr starke Wachstumsraten hier auf Jahressicht in allen Geschäftssegmenten. Und das ist sehr, sehr positiv für das Unternehmen, als auch natürlich für die Aktionäre. Und das auch global. Also auch wenn man sich die Regionen anschaut, auch zweistellige Wachstumsraten, besonders stark in Amerika. Klar, da kommt das Unternehmen her. Da kann man wahrscheinlich auch am einfachsten die Schulungen abhalten. Aber es geht ja in Richtung künstliche Intelligenz dann auch ohne Grenzen weiter, grenzenlos weiter, muss man sagen. Das hatten wir in der letzten Präsentation von Salesforce hier auch schon mal mit anklingen lassen, dass KI ein Thema ist. Und das nimmt jetzt immer weiter Fahrt auf. Ja, das nimmt immer weiter Fahrt auf. Und man kann schon sagen, dass Salesforce neben vielen anderen Unternehmen hier auch ganz klar einer der Profiteure des KI-Trends ist. Man sitzt auf sehr, sehr vielen Kundendaten, hat eine sehr große Kundenbasis. Und da kann man natürlich auch verschiedene neue KI-Services hier im Abo-Modell entsprechend anbieten und vertreiben. Von daher ist da, denke ich, auch in den nächsten Quartalen und Jahren noch einiges an Potenzial vorhanden in diesem Bereich. Ja, eine ganz einfache Lösung ist zum Beispiel so ein Chatbot, der auf der Webseite des Unternehmens eingebunden werden kann, der erst mal rausfindet, in welchem Bereich man weitere Infos haben möchte und dann gezielt zu dem Mitarbeiter hinleitet, der die Fragen beantworten kann. Denn in so einem großen Unternehmen weiß ja nicht jeder alles. Das ist ja ganz logisch. Wir wussten auch nicht alles vor den Quartalszahlen und waren gespannt drauf, wie die ausfallen. Und die waren, ich sage mal so, gemischt. Es gab ein paar Highlights, wie zum Beispiel eine Dividende, aber auch dunkle Wolken. Genau, gemischte Quartalszahlen. Ich denke, das trifft es ganz gut. Der Umsatz ist weiter entsprechend angestiegen. Also da kann man doch noch ein zweistelliges Wachstum hier auch liefern. Entsprechend auf Quartalsbasis war das ein Umsatz von 9,29 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurde weniger, 9,22 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr entsprechend kommt man damit auf einen Umsatz von 34,9 Milliarden US-Dollar. Ja, was ebenfalls auf jeden Fall im Anstieg verspricht. Aber der Anstieg, die Wachstumsgraten sind nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit. Und das war schon so ein kleiner Dämpfer, den man hier durchaus hinnehmen musste. Beim Gewinn je Aktie hat man die Erwartungen auch geschlagen. 2,29 US-Dollar. Die Erwartungen lagen ca. 2 Cent darunter entsprechend. Und auch die Bruttomarge war sehr, sehr positiv hier hervorzuheben. Liegt bei 76,9 Prozent. Und das war in der Tat ja auch ein neuer Bestwert für die Sales Force. Aber trotzdem ist das Wachstum so schwach wie das letzte Mal zum Börsengang 2004. Von einem Wachstumsunternehmen hätte man auch mehr erwarten dürfen. Und das war auch die erste Reaktion in der Nachbörse, dass die Aktie jetzt erst einmal verschnupft um 6 Prozent nach unten gerutscht ist. Genau, die erste Reaktion war negativ, da doch der ein oder andere hier mehr Wachstum erwartet hätte. Aber die Dividende ist durchaus ein positiver Aspekt, den man jetzt hier entsprechend mit reingebracht hat. Ja, dann hat es tatsächlich wie bei vielen Aktien jüngster Zeit auch nicht lang gedauert, bis die Firma oder der Aktienkurs wieder ins Plus dreht. Einen Tag später war es dann tatsächlich schon so weit, auch wenn einige Mädchen dann Autsch und so weiter titelten. Ja, es war ein Plustag gestern mit drei Prozent. Das hätte man nachbörslich noch nicht erwarten können. In der Tat. Und ja, man ist knapp vor den Allzeithochs. Das sehen wir später auch im Chart. Von daher, so schlecht wurden die Zahlen dann am nächsten Handelstag doch nicht aufgenommen. Genau. Und wer länger dabei ist bei Salesforce, der weiß, die Aktie zu schätzen. Wir haben tatsächlich in allen Zeiteinheiten positive Zeichen. Im laufenden Jahr schon 17 Prozent plus. Auf Sicht von zehn Jahren knapp 400 Prozent plus. Und da gibt es tatsächlich auch wenige Kalenderjahre, wo die Aktie nicht performte. Genau. Insgesamt ein sehr, sehr starker Wachstumswert hier schon über mehr als ein Jahrzehnt. Mit wenigen Rückschlägen natürlich. 2022 war ein sehr schlechtes Jahr für die Aktie, wie natürlich für den ganzen Technologiesektor. Und da kann man auch entsprechend hier unter die Räder. Aber ansonsten fast nur positive Jahre, die es hier in der Aktie gab. Ja, du hast schon angesprochen, dass man die Margen so ein Stück weit nach oben schrauben kann. Und wenn jetzt die Umsätze in den nächsten Jahren, wie prognostiziert, auch ansteigen, dann ist ja wieder eigentlich auf Schienen. Ja, das auf jeden Fall. Also weitere starke Wachstumsraten werden hier prognostiziert. Der Marc Benioff hat so ein bisschen auch von der Transformationsphase hier im Earnings Call entsprechend gesprochen. Ja, Kostenrestrukturierung ist hier weiterhin ein Thema. Die Kosten hat man sehr, sehr stark im Blick. Auch Steigerung der Mitarbeiter, Produktivität, Produktinnovation. Wir haben schon über das Thema KI gesprochen. Und als vierten Punkt hat er dann auch noch die Beziehung zu den Aktionären angesprochen. Und damit meint er natürlich insbesondere die Dividende und auch das Aktienrückkaufprogramm. Ja, das ist sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Und man könnte auch sagen, da werden Leute entlassen. Das stimmt in der Tat. Da schaut man doch sehr genau auch auf die Kostenseite und versucht da auch entsprechend Mitarbeiter einzusparen. Es ist kein großer Anteil, wenn man auf die mehr als 50.000 Mitarbeiter schaut. Aber circa 700 müssen hier leider voraussichtlich entlassen werden. Ja, von Finanzdaten her zeichnet sich die Effizienz auch schon ab. Also wir haben Umsatzrendite über 30 Prozent dann für nächstes Jahr erwartet. Und wir haben auch von der Bewertung her mittlerweile ein KGV von nur noch in Anführungsstrichen 50 für das kommende Jahr. Genau. Man kommt so langsam zurück auch in ein attraktives Bewertungsverhältnis, was in den letzten Jahren doch exorbitant hoch war. Von daher auch vor diesem Hintergrund wird die Aktie, denke ich, in den nächsten Quartalen oder auch Jahren wieder wesentlich attraktiver, auch für langfristige Investoren. Und langfristig möchte man natürlich auch mit starken Partnern zusammenarbeiten, nicht unbedingt mit den direkten Konkurrenten in Amerika. Aber man schaut zum Beispiel nach China und kann mit der Alibaba Cloud die Partnerschaft stärken. Und das bringt natürlich dort vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Standing mit sich. Genau, das ist natürlich ein interessanter Markt. China entsprechend ein sehr, sehr großer Markt. Und wenn man da mit so einem Unternehmen wie Alibaba hier einen Fuß in der Tür hat, ist das durchaus positiv, dass man da auch insbesondere in diesem Bereich vielleicht stärker wachsen kann, als das jetzt in der Vergangenheit der Fall war. Ja, wir werden auf alle Fälle dranbleiben an dem Thema. Und die Analysten hatten auch schon direkt nach der Veröffentlichung einige Infos mit reingegeben in den Markt. Und da bekräftigen sehr, sehr viele ihr Kaufrating auf dem aktuellen Niveau. Ja, es gibt weiterhin viele Kaufen- und Aufstocken-Empfehlungen, einige neutrale Empfehlungen. Aber das mittlere Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau im Bereich von 325 Dollar. Und andere Analysten sehen sogar schon Potenzial bis in den Bereich von knapp 400 Dollar. Also da scheint noch Potenzial vorhanden zu sein. Obwohl die Aktie schon im Vergleich zum anderen Sektor, zu anderen Sektor-Werten sehr gut gelaufen ist. Aber wir schauen direkt mal selber rein in das FreeStocks-Tool. Das hast du uns schon vorbereitet. Ja, schauen wir uns die Aktie hier etwas näher an. Zunächst im Wochenchart. Und da sieht man schon, die Allzeithochs wurden ja hier im November 2021 ausgebildet. Und die haben wir jetzt fast punktgenau erreicht. Nach der langen Durststrecke 2022 hat die Aktie zu Beginn des letzten Jahres hier wieder so richtig Fahrt aufgenommen, das sieht man entsprechend hier auch im Tageschart etwas besser. Der starke Aufwärtsimpuls, die Seitwärtskonsolidierung über den Sommer des letzten Jahres hinweg. Dann der erneute Aufwärtsimpuls, insbesondere hier auch nach den Zahlen im November. Und man konnte sich dann sehr, sehr gut halten. Hier im Bereich von 250 Dollar hat diese Marke nochmal getestet. Und ja, seit Beginn diesen Jahres kennt die Aktie hier auch kein Halten mehr. Und tendiert jetzt hier Richtung Allzeithochs. Da ist man nur noch wenige Dollar von entfernt. Entfernt entsprechend. Und könnte die vielleicht sogar am heutigen Handelstag hier entsprechend herausnehmen und neue ausbilden. Von daher eine sehr, sehr spannende Aktie. Wir können auch nochmal in die kleine Zeiteinheit reingehen. Da sieht man die kurze zeitig negative Reaktion nach den Zahlen. Aber entsprechend vorbörslich ist die Aktie dann schon wieder angestiegen. Und gestern im Verlauf des Kassehandels hat sie dann auch sehr positiv tendiert. Und das scheint sich jetzt entsprechend auch im heutigen vorbörslichen Handel erst einmal fortzusetzen. Von daher muss man schauen, wo die Aktie dann auch heute eröffnet. Aber die Allzeithochs sind hier ganz klar ein Thema. Und da muss man schauen, wie weit die Aktie laufen kann. Die ist natürlich jetzt auch sehr weit gelaufen. Auf diesen hohen Niveaus möchte man nicht einsteigen. Aber potenziell einen Rücksetzer kann man, denke ich, weiterhin nutzen, um in diesen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend hier einzusteigen. Ja, und deswegen schauen wir uns auch oft von den Branchen erst einmal die Marktführer an und gehen dann nochmal ein bisschen in die Tiefe zu anderen Werten. Oracle hatten wir ja auch schon mit im Programm. Also dranbleiben und auf jeden Fall auch die Playlist abonnieren. Das auf jeden Fall. Auch in den nächsten Wochen sind wir wieder mit einigen spannenden Aktien hier am Start. Von daher allen schon mal ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, bis dann. Ciao.